Kerstin Ott, ein funkelnder Name in der deutschen Musikszene, hat ihr Charisma und Talent mit grenzenloser Vielfalt unter Beweis gestellt. Kerstin Ott wurde am 17. Januar 1982 in West-Berlin geboren. Ihr Leben ist eine Geschichte von Schwierigkeiten, der Suche nach sich selbst und herausragenden Erfolgen in der Unterhaltungsindustrie. Schon in jungen Jahren stand Ott mit nur drei Jahren vor der Trennung. Sie wurde von ihrem Bruder und ihrer alleinerziehenden Mutter getrennt und in einem Kinderheim untergebracht. Anschließend kehrte sie für kurze Zeit zu ihrer Mutter nach Berlin zurück, bevor sie zu einer Pflegefamilie im holsteinischen Heide zog. Dies war eine große Herausforderung für ihr turbulentes Leben, aber auch ein wichtiger Wendepunkt in der Entwicklung von Kerstin Ott. Schon in früher Kindheit stellte Ott sein musikalisches Talent durch die Teilnahme an Talentwettbewerben und den Beitritt zum Chor von Rolf Zukowski unter Beweis. Ihre Leidenschaft und Liebe zur Musik halfen ihr, den Grundstein für ihre zukünftige Karriere zu legen. Kerstin Ott ist nicht nur Sängerin, sondern auch DJ und Moderatorin von Musikveranstaltungen. Dies beweist ihre Vielseitigkeit, indem sie ständig viele verschiedene Genres erforscht und mit ihnen experimentiert. Sie ist außerdem eine hervorragend ausgebildete Malerin und Lackiererin, und dieser Wendepunkt in ihrer Karriere führte zu vielen neuen Möglichkeiten. Der Januar 2016 war ein wichtiger Schritt in Kerstin Ott's Karriere, als der Song, die immer lacht, eine Remix-Version der Gruppe Stereoakt, sie im Januar 2016 an die Spitze der Single-Charts in Deutschland und Österreich brachte. Auch dieser Hit landete im Januar 2016 eine Position in den Schweizer Charts und brachte Ott's Namen auf die internationale Musiklandkarte. Trotz ihres herausragenden Erfolgs verlief das Leben von Kerstin Ott nicht immer reibungslos. Nach eigenen Angaben ist sie seit ihrem 18. Lebensjahr spielsüchtig. Doch Beharrlichkeit und Entschlossenheit halfen ihr, diese Herausforderungen zu meistern und ihren beruflichen Weg fortzusetzen. Kerstin Ott ist nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern auch privat. Im August 2017 ließ sie eine Lebenspartnerschaft mit ihrem langjährigen Freund ein. Aus dieser Beziehung entwickelte sich im Oktober 2017 eine Ehe, die Ott's Privatleben erfüllter und wärmer denn je machte. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, ein Bild familiärer Harmonie und Liebe. Mit einer glanzvollen Karriere, Vielseitigkeit und einem schönen Privatleben hat Kerstin Ott bewiesen, dass sie nicht nur eine hervorragende Sängerin, sondern auch eine starke und engagierte Frau ist. Indem sie Erfolg genießt und gleichzeitig eine glückliche Familie pflegt, ist sie in vielen Aspekten des Lebens ein Symbol für Ausgeglichenheit und Erfolg. Kerstin Ott hat mit ihrer Carolina ihr persönliches Glück gefunden. Doch erst 2012 lernte sie ihre wahre Liebe kennen. Gemeinsame Freunde brachten das jetzige Paar zusammen, hatten aber Startschwierigkeiten. Carolina verriet gegenüber, Bild. Anfangs gefiel es mir nicht, weil es mir zu sehr beworben wurde. Aber am Ende stimmte die Chemie. Für Kerstin Ott passierte es jedoch sofort. Als ich sie zum ersten Mal sah, sagte ich zu meiner damaligen besten Freundin. Ich werde sie heiraten. Ihre Antwort war, nein, Carolina steht auf Männer. Bis dahin werde ich Papst. Doch die beiden Frauen wurden ein Paar, die Hochzeit fand 2017 statt. Doch bevor sie ihr Glück fand, war Kerstin Ott einmal verheiratet. Als ich Anfang 20 war, zerbrach die Beziehung. Mittlerweile ist die Sängerin angekommen und genießt das Familienleben mit Carolina und ihren beiden Kindern. Auf weitere glückliche Ehejahre. Wir gratulieren euch beiden von ganzem Herzen. Jeder Godfather-Fan wird sich an die Rolle der schönen Kay Adams Corleone erinnern, gespielt von der amerikanischen Schauspielerin Diane Keaton. Anders als ihre Figur auf der Leinwand hat Diane jedoch nie den Bund fürs Leben geschlossen, was bei einigen Leuten für Überraschungen sorgt, angesichts ihrer beeindruckenden Dating-Geschichten. Es mag für viele schockierend sein zu erfahren, dass die wunderschöne Diane Keaton immer noch unverheiratet ist. Glücklicherweise hat uns diese umwerfende Schauspielerin kürzlich offenbart, warum sie nie geheiratet hat. Bleiben Sie bis zum Ende des Videos dabei, um herauszufinden, warum normale Menschen wie Sie und ich vielleicht eine Chance bei der großartigen Diane Keaton haben könnten. Diane Keaton, die Schauspielerin aus dem Godfather, ist eine der atemberaubendsten und beliebtesten Hollywood-Schauspielerinnen aller Zeiten. Sie hat viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Academy Award, den Golden Globe Award und den AFI Life Achievement Award. Diane Keaton ist ein Star, eine Legende und eine der erfolgreichsten Hollywood-Schauspielerinnen aller Zeiten. Am 5. Januar 1946 geboren, wurde Diane nach ihrem Debütfilm Lovers and Other Strangers im Jahr 1970 berühmt, dem sie mehrere Fernsehshows wie American Style und Mannix folgen ließ. Dann spielte sie in The Godfather, die Freundin von Michael Corleone, gegenüber von Al Pacino, mit dem sie kurz nach der Veröffentlichung von The Godfather Part 2 eine Beziehung einging. Sie ist als die Königin der Rom-Com bekannt, elegant, hat ein erstaunliches Modebewusstsein und weiß, wie sie sich präsentieren muss. Sie ist mehr als nur ein hübsches Gesicht, das man im Fernsehen sieht. Sie ist talentiert und ein wahres Kunstwerk. Trotzdem finden es viele Menschen schockierend, dass Diane Keaton nicht verheiratet ist. Tatsächlich hatte sie in den letzten 35 Jahren kein Date mehr. Diane Keaton hat enthüllt, dass sie trotz ihrer Rolle in vielen bekannten Rom-Coms in den letzten Jahren keine Beziehung hatte. Und obwohl sie einige romantische Beziehungen zu bekannten Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche hatte, erstaunt dies die meisten von uns und lässt uns hinterfragen, wie eine so wunderschöne Frau wie Diane Keaton immer noch Single sein kann und niemanden um den Finger gewickelt hat. Für viele von uns ist es eine Überraschung, die umwerfende Diane Keaton alleine über den roten Teppich gehen zu sehen. Diane lachte über die Vorstellung, eine alte Jungfer zu sein. Jedes Mal, wenn jemand das zu ihr sagt, bricht sie ein lautes Lachen aus. Viele Magazine und Druckmedien haben sie oft als alte Jungfer bezeichnet, die schockierenderweise immer noch Single ist. Die Medien waren lange Zeit neugierig auf ihr Liebesleben und fragen sie in fast jedem Interview nach dem Grund, warum sie nie wirklich geheiratet hat. Das ist so ein Unsinn. Die Vorstellung, dass man, wenn man nicht heiratet, zerstört wird, sagte sie einmal in einem Interview, nachdem sie gefragt wurde, warum sie nicht an einer Beziehung ist. Der moderne Zeitgeist sieht die Heirat einer Frau nicht als Ende des Lebens einer Frau an. Dies wird durch das Leben von Diane Keaton nicht besser erklärt. Sie hat in 58 Filmen als Oscar-Preisträgerin mitgespielt, zwei Bücher veröffentlicht und zwei Kinder großgezogen. Sie lebt ein erfülltes Leben und macht sich keine Sorgen, ob sie verheiratet ist oder nicht. In einem kürzlichen Interview sagte sie, ich hatte viele Misserfolge. Wenn ich nicht die Hauptrolle bekam, versuchte ich es in der Nebenrolle. Und wenn ich es nicht in die Nebenrolle schaffte, probierte ich es.